Tu etwas, was du liebst. Diesen Tipp hat mir Enzo Sciotti vor einigen Tagen gegeben. Und er selbst fährt jeden Tag Fahrrad. Er hat gesagt, jeden Tag fährt er eine Stunde zum Strand, genießt die Zeit, spielt auch sehr viel Tennis. Und genau das ist mein Tipp für heute. Geh mal raus, mach was mit der Familie, mach was fürs Herz. Ich sitze hier gerade in Amsterdam, quasi mitten im Tulpenbeet. Und das ist die Nachricht. Mal dieses Schnelllebige, dieses Handyleben, dieses Arbeitsleben rauslassen und irgendwas mit Menschen machen, die dir etwas bedeuten. Etwas, was du liebst, das dir Freude bereitet, das dich auch mal wieder auf ein ganz, ganz normales Level bringt. Denn wir alle sind menschlich. Wir wollen und müssen auch irgendwann mal aus- und abschalten.